Guten Tag, meine Damen und Herren. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie bitten, alles zu vergessen, was Sie über diesen Prozess gehört, gelesen oder im Fernsehen gesehen haben. Wirklich alles. Nur Sie sind berufen, hier zu urteilen. Sie sind die Schöffen, die Laienrichter, die heute über den Angeklagten Lars Koch zu Gericht sitzen. Das Gesetz stattet Sie mit der Macht aus, über das Schicksal eines Menschen zu entscheiden.